Musik 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 Everybody sing it, about the rain. Yeah, I don't care what's good and what's bad. Yes, I don't mind about a little killing. Really, I don't. As long as you're willing to be good to me, I'll never be sad. Everybody sing it, about the rain. Feel like a bad boy, singing sad tunes. These are the days in my childhood. Really, I think I'm going for the lune. I don't care what's bad, what's good. Everybody sing it, about the rain. If you don't know what I'm talking about, go out on the street and start to shout. Some people like to get tied to a tree. You can be you, but I can be me. Especially, hanging from a cherry tree. Everybody sing it, about the rain. 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 About the rain. Ja, das ist keine schöne Geschichte eigentlich. Also es geht um die Bäckerei Fachverkäuferin. Ich habe sie ja noch gut gekannt. War bei uns halt unten im Haus nicht und gehe da auch öfter hin und so. Und naja, das war eigentlich immer eine sehr nette Frau, auch richtig menschlich und so. Wir haben uns auch ab und zu mal unterhalten, so ein persönliches Wort und so. Naja, und war auch immer wirklich so richtig zuvorkommend und echt wirklich angenehme Frau. Und sah eigentlich auch ganz gut aus und so nicht. Und naja, nur letztendlich, ja, da fing das irgendwie so langsam an. Da wurde sie etwas, ich sag mal komisch. So unruhig und irgendwie immer so hibbelig und dann auch so sehr gereizt. Also ich will ja nicht sagen unverschämt oder so. Nee, kann ich eigentlich nicht sagen. Habe ich von ihr aus nicht erlebt. Aber unfreundlich war sie denn teilweise schon oder so. Hat einen auch nicht mehr gegrüßt, hat dreimal nachgefragt und so. Gut, mein Gott, ich meine, wie gesagt, kannte sie ja und so. Aber war schon komisch. Äußerlich hat sie sich auch verändert. Wurde denn so dünner und so strähnige Haare und so. Und ja, Bäckerei Fachverkäuferin, habe ich ja gesagt. Also die Fingernägel, denn manchmal war es auch nicht mehr so gepflegt. Aber gut, da gibt es ganz andere. Naja, und das war dann allerdings auch so. Wir hatten denn, und im Haus kennt man sich ja und so. Und ich habe ja gesagt, war unten im Haus. Und wir haben schon gedacht, sie wäre vielleicht, naja, Alkoholikerin. Denn sie hat immer so unterm Tresen was getrunken. Also nicht so von unterm Tresen nicht und so halb im Geheimen. Und hat sich aber später herausgestellt, es war Kaffee. Also die hat so zehn Kannen Kaffee am Tag getrunken. Oder also war kein Wunder, dass es so hüblich war. Naja, gut. Und dann haben wir später erfahren, da war halt eine Scheidung gewesen. Das ist ja auch sehr verständlich und so, nicht? Und klar, naja, und dann war halt der eine Tag und da kam dann so eine Frau rein und meinte, Geben Sie mir eine Schrippe. Und dann ist sie arbeitslos geworden. Ich denke, ich werde sterben. Nein, du bist nicht. Du warst da, jetzt du lernst. Ich hatte dich noch nicht ungebrochen. Manchmal habe ich dich ausgedacht und manchmal habe ich an dich gedacht. Du hast gefragt, was ist das Leben wert? Meine Heimat ist das Meer. Nein, du hast da, jetzt du lernst. Du hast da, jetzt du lernst. Deine Hand, so kalt wie Stein. Kaffee? Ja. Scheiße. Lере. Kaffee? Ja. Ja. Ja? Ja. 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 So rauscht es draußen vor dem Fenster im Hof, an viele Bilder kann ich mich nicht erinnern, aber da im Hof war einmal ein Lärm wie von Bomben, aber das waren spielende Kinder und sie lebten friedlich im See, Thüringer Ketchup und eine Banane dazu, es schmeckt nicht sehr gut. Draußen das Beutern und Schreie, ich glaube ein guter Freund ist gestorben, weil er den Lärm nicht ertragen hat. Ich möchte es nicht mit anhören, ich schließe die Fenster, gleich drehe ich lauter Mozart oder Beethoven oder Bach oder Goethe zur Entspannung rezitieren oder eine Rezension, wir haben einen guten Roman, Polizei, dritte von der oberen Wohnung, weil ich beruhigend für mich geschrien habe, da oben in der Wohnung wohnt der dritte Zeus, er ist kein Schatten, kein ständiger Begleiter, meldet sich nur manchmal zum Schrei, wenn ich schreie, arbeite bei der BVG und es lohnt sich seine Arbeitszeiten zu erfahren, da ich schreien kann, ist er nicht da, lass mich raus, lass mich, lass mich raus, eine merkwürdige Wiederholung, lass mich, lass mich hinaus, ich muss nach Haus. Ich bin ein Genie, ich bin ein Genie, ich kann nicht weiter, ich bin ein Genie, ich habe mein Können verloren, ich habe es immer geahnt, dass ich nicht weiter malen kann, ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, nicht malen, ich bin ein Genie, ich dachte, alles hätte ich verloren, aber ich dachte nicht weit genug, ich bin ein Genie, ich habe nicht alle Faktoren berücksichtigt, nicht alle Spuren beseitigt, ich bin ein Genie, ich hatte noch zu viel Stil, zu viel Persönlichkeit, ich hatte mich töten lassen, um alle Spuren von mir zu treten, ich bin ein Genie, ich bin ein Genie, das will ich heute weniger, denn ich es jemals wollte, ich bin ein Genie, ich bin ein Genie, ich bin ein Genie, liebe Bürger, ich bin ein Genie, Ich weiß von mir nicht der Gestalt zu unterrichten, dass man den Sinn meiner Worte verstumme. Ich bin ein Chemie. Ich habe keinen Zugrug zu dem Gedächtnis von euch. Ich kann nur keine Worte denken, die euch die Wärme nahe bringen könnte, die ich gerne erfahre. Ich bin ein Chemie. Wisst ihr, ich bin vielleicht nur ein Tier. Ein Tier wie ihr. Ein geniales Tier. Ein zweibeiniges. Manchmal mit diesem Wasser. Wisst ihr, ich bin ein Chemie. Wisst ihr, ich bin ein Chemie. Ich weiß, dass ihr mich nicht versteht. Wisst ihr, denn ihr habt nicht meinen Verstand. Wisst ihr, ich bin ein Chemie. Den ich nicht vergessen oder verloren habe. Er lauert mir auf und in das Zimmer sehnt. Wenn ich nach ihm nicht zu suchen wage. Wisst ihr, ich Chemie. Wisst ihr, ich bin ein 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 Chemie. Schatten Chemie. Aber selbst Tiere müssen Sicherheit. Das sozialistische System wird letzten Endes an die Stelle des kapitalistischen Systems treten. Das ist ein vom Willen der Menschen unabhängiges objektives Gesetz. Kommunismus bedeutet das gesamte System der Ideologie des Proletariats und zugleich auch ein neues Gesellschaftssystem. Ich spreche wieder zu euch ungarische Brüder mit warmer inniger Liebe. Der revolutionäre Kampf, dessen ihr Elben wart, hat gesiegt. Das Ergebnis dieses herdenhaften Kampfes brachte unsere nationale Regierung zustande, die für die Unabhängigkeit und die Freiheit unseres Volkes kämpfen wird. Er ist gestorben. Er ist zu schnellen Afflektionen. Man will noch. Untertitelung des ZDF, 2020 Wer gibst du deinen Kaffee, dann ist mir das egal Denn ich bin unromantisch kühl, trage im Winter keinen Schal Schon wieder wär gestorben, das ist doch ganz normal Die Wohnung ist mir abgewandt, nicht zum ersten Mal Lächelnass und Rauschgift, politischer Skandal Hunger, Krieg und Völkermord, das ist mir ganz egal Für mich gibt's keinen schlechten Tag, ich tue nur was ich mag Und wenn du mich nach morgen fragst, weiß ich nicht, was ich sag Für mich gibt's keinen schlechten Tag, ich tue nur was ich mag Und wenn du mich nach morgen fragst, weiß ich nicht, was ich sag Untertitelung des ZDF, 2020 Für mich gibt's keinen schlechten Tag, ich tue nur was ich guckst Für mich gibt's viele Tage, die nur was ich sag Ich tue nur was ich sag Damals saß am Schalter des Frostbandes eine alte Schule, die rumgekallte. Zugegeben, ich bin etwas sensibel. Aber als sie sagte, Briefmarke ablecken. Und ich, Briefmarke? Sagte sie, klubstig mir in die Fotze. Darauf hängt er richtig an, Nervenzusammenbruch. Dann erholte ich mich vom Speed. Es dauerte zwei, drei, vier, fünf Tage, bis ich wieder etwas aß. Aber da sagten die an der Runde von der Redaktion der Zeitschrift, seit sie den Anti-Oedipus gelesen haben, haben sie keine Beziehungsprobleme mehr. Ich wollte sagen, ja, ich auch nicht. Hab aber den Anti-Oedipus nicht gelesen und sowieso keine Beziehung. Blieb also stumm. Ich blütende Metamorphose, die Stimme aus dem Offen. Ich stehendes Gericht, Blübenfarben des europäischen Teils Eurasiens. Ein Scherz. Die alte DDR ist vergangen. Ein LKW aus den Beständen der NVA ist gleichsam die Schürze einer Dienstmarkt. Ich bin noch eine Wenigkeit. Meine geniale Wenigkeit. Keine Wichtigkeit. Low Worden. Hanika ist gestorben. Hanika ist tot. Ach ja, ich kenne eine Verwandtung, der ja eigentlich ist das schwarze Schaf der Familie. Also meine Stimme, das ist 1960 so lange rübergezogen. War jetzt eigentlich die erste Fremdung. Da war sie gerade mal voll hier. Hatte eben einen Freund im Ausblick, mit dem ist sie jetzt auch nicht mehr. Naja, sie glaubte eben, dass der Sozialismus gut für den Menschen ist. Und mit Rücken kann ich so auf die Stimme. Aber ist ja Gott sei Dank endlich vorbei. Und da hat sie dann Mathematik studiert und geendet ist sie bei der KWV, der Wohnungsverwaltung drüben. Und jetzt sagt sie, da hat sie sich für Computer und Verwaltung und so umbilden lassen. Jetzt sagt sie, es ist eine wirkliche Freude zu arbeiten bei der Verwaltung. Das ist jetzt die Wirkung. Und vom Kunden, und früher waren das auch keine Kunden, wird man gefragt, ob der Durchlauserhitzer erneuert werden kann. Und man freut sich, Ja sagen zu können. Und zwei Wochen später ist er erneuert. Am Osten war ja alles nach Plan. Und wenn der Durchlauserhitzer nicht nach Plan gehalten hat, dann war das mit dem Ersatz schwierig. Ist ja jetzt vorbei. Jaja, schon mit dem Stimm für die PDS. Aber jetzt ist es Gott sei Dank vorbei. Was für eine Freude. Gott sei Dank. Sein Mitleid mit dem armen alten Mann. Und hoffentlich ist bald auch der Kanzler dran. Hanneker ist gestorben. Hanneker ist tot. Er trägt nie mehr Brille. Der Osten ist nicht mehr rot. Er trägt nie mehr Brille. 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 Er trägt nie mehr Brille.